Ich darf hier bei uns in unseren Räumen Herrn Fuhrmann begrüßen, von der Firma Weihdruck in Chemnath. Herr Fuhrmann, kurze Frage, was hat Sie veranlasst bei unseren Positionierungsworkshop zu machen? Also ich habe vor gut eineinhalb Jahren die Druckerei Weih übernommen als branchenfremder Nebeneinsteiger. Jetzt ist ja hinlänglich bekannt, dass also Druckerei im Allgemeinen keine Boom-Branche ist und auch ein harter Wettbewerb ist und in dem harten Wettbewerb als Druckerei zu bestehen, muss man sich über das Thema eigene Positionierung, wo stehen wir, wo wollen wir hin, enorm wichtig sich darüber Gedanken zu machen und das war auch der Auslösegrund, warum ich den Workshop bei Ihnen gut habe. Wie empfanden Sie jetzt den Workshop selber, auch vom Ergebnis her, was hat es Ihnen gebracht? Also zunächst, es war Arbeit, also es war richtig Arbeit. Ich bin mir dessen auch bewusst, dass noch viel mehr Arbeit kommt, um die Ergebnisse dann umzusetzen. Ich fand den Workshop sehr, sehr angenehm. Wir waren mit der gesamten Mannschaft da. Es sind sehr, sehr spannende Dinge an diesem Tag gefördert worden, die man so im Alltagsgeschäft gar nicht mitbekommt. Wir haben ganz tolle Ideen geboren. Wie gesagt, das Wichtigste ist jetzt, diese Dinge, die wir erarbeitet haben, jetzt auch auf die Straße zu bringen, umzusetzen. Das war so im Wesentlichen. Also die Arbeit geht jetzt praktisch nach dem Workshop richtig los. Ja. Aber für Sie ist dann auch eine Perspektive da, wo Sie sagen können, da kann ich jetzt meinen Betrieb leider entwickeln. Es geht vorwärts und ich habe auch ein Ziel, dass ich ihn arbeiten kann. Absolut. Für mich sehr spannend und zu erfahren waren auch, dass auch diese Motivation in den Mitarbeitern geweckt wurden. Also es bin jetzt nicht nur ich als Chef, der mir da ein Ziel oder einen Weg vorstelle und den dann mit Gewalt durchziehe, sondern die Erkenntnis oder der Groschen ist auch vor allem bei den Mitarbeitern gefallen, die ja jetzt durch diese Mitarbeit, durch dieses Positionierungsseminar an unserem gemeinsamen Weg mitarbeiten können und letztendlich ja auch ihre eigenen Arbeitsplätze dadurch sichern und einfach als Team zum Erfolg der Firma beitragen können.